Sie fliegt durch das ganze Universum, auf der Suche nach der einzigen Energiequelle, die ihre Welt vor der Zerstörung bewahren kann. Wer ist dieses Mädchen? Mein Geheimnis ist blau und rot, Liebling. Und es kann fliegen. Ich habe auch ein Geheimnis. Ich habe die Macht über alles. Faye Dunaway und Peter O'Toole in Supergirl. Ich bin Kara aus Argo City, die Tochter von Allura und Zor-El. Und du machst mir keine Angst. Macht des Schattens! Zerstöre sie! Die Neuentdeckung Helen Slater ist Supergirl. Was ist denn das für ein Kostüm? Das ist kein Kostüm, das ist meine Kleidung. Genau wie Superman. Er ist mein Cousin. Nur Supergirl kann die bösen Mächte bannen. Das ist mein Kostüm, das ist mein Kostüm. Supergirl kämpft sich durch die Phantom-Zorger. Supergirl kämpft sich durch die Phantom-Zorger. Sauter, ich kann nicht, ich kann nicht. Doch, du kannst. Supergirl, das neueste Meisterwerk von Janot Swartz, dem Schöpfer des Weißen Hai, kommt nach seinem sensationellen Erfolg in Amerika nun auch zu uns. Supergirl wird auch sie erobern. Supergirl, der Film.